Und weiter in unserer Serie Charaktereigenschaften. Charaktereigenschaften von Menschen. Jeder von uns ist ein persönlicher, besonderer Charakter. Was mich dazu einlädt, dass man sich dann ausbreitet als Charakter und zumutet. Und es gibt eine Menge Menschen, die muten sich selber und anderen Menschen zu und sind damit einseitig, vielleicht möglicherweise, narzisstisch geworden. Aber der besondere Charakter, den wir alle haben, der ist etwas sehr Festes. In dem Sinne, dass wir tatsächlich diese Persönlichkeit sind. Und dass diese Persönlichkeit, diese Individualität sinnvoll ist. Und hier so eine kleine Abfolge von Charaktereigenschaften, die typisch sind für Menschen, die uns begegnen. Und wenn wir das mal zusammengefügt haben und diese Attribute gesehen haben, ein bisschen bemerkt haben, auch in der Praxis tatsächlich immer wieder erlebt haben, dann merken wir, dass es gar nicht so viele unterschiedliche Menschen gibt. Obwohl jeder natürlich unterschiedlich ist von diesen, ich weiß nicht, wie viele haben wir, vier Milliarden, annähernd vier Milliarden Menschen. Aber trotzdem eben doch starke Gemeinsamkeiten bestehen in diesen Charaktereigenschaften. Dieser Mensch, das ist der Untertitel dieser Charaktereigenschaft, zeichnet sich durch das Vorwärts aus. Es geht immer vorwärts. Das Streben nach vorwärts, nach vorne gehen, weiter gehen, immer weitermachen. Er oder sie weiß, was er oder sie will. Er weiß genau, was er will. Es ist also so ein richtiger Willensmensch. Ich will das, ich will das, ich will das. Der zögert nicht lange. Der ist nicht jemand, der, wo du nicht weißt, wo du dran bist, sondern du weißt immer, wo du dran bist bei diesem Menschen. Er weiß genau, was er will. Ob er jetzt einen Partner hat, ob er einen Beruf hat, ob er irgendwas anderes anstrebt. Er weiß, was er will. Das heißt, sie geht ihren Weg. Er geht seinen Weg. Und das also sehr vorwärtsstrebend in dem Sinne. Überzeugt, das zu erreichen, was sie sich vorgenommen hat. Also dieser Mensch nimmt sich etwas vor und ist auch überzeugt davon, dass das realisierbar ist. Und die Menschen schaffen es sehr oft, diese Dinge zu realisieren. Erstaunlicherweise im Vergleich zu anderen Menschen, denen das dann nicht so gelingen mag. Also sehr zielstrebig. Was ich will, kann ich auch. Das ist auch ein ganz wichtiges Attribut. Was ich will, was also in meinem Willen ist und was ich dann auch realisiere, das kann ich auch. Und es ist natürlich in dem Sinne kann ich auch so eine Geschichte. Die einen Leute können es, die anderen nicht. Man kann auch scheitern. Es gibt Menschen, die planen das, was sie können. Oder sie lernen es sehr akribisch. Oder sie lassen sich sehr viel Zeit. Oder sie sind versessen in Details, um etwas wirklich zu können. Also das Können, was man kann, ist durchaus sehr unterschiedlich bei Menschen. Und hier eben bei diesem Vorwärtsmensch, was ich will, das kann ich auch. Ich kann das tatsächlich. Diese Menschen übergehen andere Menschen gerne darin, in ihrer Zielstrebigkeit, in dem, was sie wollen, in dem, was möglich ist. Der ist also sehr schnell dabei, den anderen beiseite zu schieben, zu sagen, lass mich durch. Ich will das so machen, du kannst gerne mit mir kommen. Aber wenn du nicht dem, ja, so bist, wie ich das will, entsprechend, dann schiebe ich dich zur Seite, metaphorisch gesehen, und ich nehme mir jemand anders oder gehe meinen Weg einfach durch. Das heißt, diese Ungestümheit, vorwärts, ohne unbedingt zu überlegen, ist etwas sehr Wesentliches. Andere Menschen überlegen gerne, sie antizipieren, sie können sich etwas ausmalen, sie fühlen, sind Fühlmenschen. Sie sind also auf einer ganz anderen Ebene, geradezu anderen Dimensionen verbunden mit den Dingen und sind da nicht ungestüm. Dieser hier ist ungestüm und überlegt nicht unbedingt. Das ist also ein großes Manko, das auftauchen kann. Die Überlegung, das Denken, das Nachdenken und damit antizipieren und all die anderen Möglichkeiten, die wir haben, ist sehr wichtig. Aber das tut dieser Mensch eher nicht, sondern er strebt grundsätzlich vor. Und es kann sein, dass da schon vorne der Abgrund ist. Dieser Mensch ist mutig, sehr mutig, er probiert aus, er kann auch sehr kriegerisch sein. Viele Menschen in dieser Art waren Krieger und haben immer wieder Kriege verbrochen, geradezu, und angezettelt. Sie sind mutig, probieren aus, ohne oft zu wissen, was dabei rauskommt. Also es geht hier ums Ausprobierendes Machen, sind typische Macheraktivitäten und sie wissen oft nie genau, was dabei rauskommt, sondern es ist einfach nur diese Bewegung, diese auch sehr ungestüme Bewegung, die zählt. Mit Initiative Unbekanntes Erobern ist auch so eine Eigenschaft. Stark Initiativ, tut alles Mögliche dafür und will das Unbekannte, das nicht durchschaubar ist, tatsächlich erobern und in sich hineinziehen. In Eroberungskriege waren oft die Folger dann auch. Diese Menschen brauchen Widerstand, um dagegen kämpfen zu können. Also sie sind Wesen, kann man sagen, die die Widerstände anderer Menschen brauchen oder die Widerstände der Gegebenheiten, der Natur, was auch immer den Widerstand ausmacht, dem Gegenstand, dem Objekt, um dagegen kämpfen zu können. Also je widerständiger etwas ist oder jemand ihnen gegenüber ist, desto mehr kämpfen sie dagegen. Also wenn man das nicht durchschaut bei einem Kind, wenn man so ein Kind hat in dieser Charaktereigenschaft, dann wird das eine Ewigkeit in ewigen Auseinandersetzungen. Wenn du Widerstand leistest, was Eltern natürlicherweise auch tun müssen oder auch tun, dann kommt immer mehr Widerstand, also muss man was anderes überlegen. Diese Menschen sind sehr begeisterungsfähig, begeistert für alles Mögliche, immer wieder etwas Neues. Sie brauchen geradezu Input von anderen und da gibt es eben andere Charaktere, die denen Input geben für die Begeisterungsfähigkeit. Und genau das nehmen die auf und dann können das beide Kumpanen sein, die sich auf den Weg begeben. Der eine hat die Idee, ist der Ideengeber und der andere eben begeisterungsfähig und zieht das durch. Und das ist dieser hier in seinem Vorwärtsdrang. Sie haben eine impulsive Energie. Und diese Energie ist eher kurz und schnell, vielleicht so wie ein Strohfeuer, also plötzlich etwas, was fulminant heiß ist und hoch lodert in den Himmel hinein, aber es ist eher kurz, nicht ein kontinuierliches Feuer, das von unten genährt wird, von dicken Eichenbalken genährt wird, die dann ewig brennen, sondern das ist eher eine kurze und schnelle, impulsive Energie. Und damit eben auch eine kurze Leidenschaft. Also ganz bewusst diese Serie von Charaktereigenschaften eher kürzer dargestellt. Man könnte es natürlich auch viel länger machen, aber das länger führt dazu, dass man viel Informationsfluss hat und viel Input hat und es ist letztendlich zu viel. Es kommt auf das Prägnante an, was ist wichtig bei diesem besonderen und typischen Charakter. Und es reicht schon aus, um damit etwas anfangen zu können. Und dann, ich bin jetzt mit der Räumen, wie geht es um das Prägnante an, was man dann auch mal hören, und es reicht schon aus. ich bin sehr innerlich,